Ja, hallo bei VorOrt Aktuell. Wir sind jetzt in luftiger Höhe, hier direkt beim Landesarbeitsamt Berlin-Brandenburg in der Friedrichstraße. Und Sie sehen, der Zug setzt sich in Bewegung. Aber er braucht noch ein bisschen. Und die Polizei hat heute alles im Griff. Hier in der Friedrichstraße. Wir melden uns gleich wieder. Bis dann. Es ist 15.52 Uhr und der Frauenmarsch setzt sich weiter fort hier in der Friedrichstraße. Und gleich ist er dichter dran. Bis gleich. So, der Frauenmarsch erreicht jetzt, ist weiterhin in der Friedrichstraße auf der Höhe des Landesarbeitsamtes Berlin-Brandenburg. Und er bewegt sich weiter in Richtung Checkpoint Charlie. Das ja schon die Bezirksgrenze ist zwischen Berlin-Kreuzberg und Berlin-Mitte. Und wie man sieht, gibt es hier noch etliche grüne Polizeiautos, die schicken von früher. So muss es sein. Doch, da haben Sie weiter hinten. Ja, Sie haben es gehört. Die Durchsage ist auch dort unten schon. Diesmal geht es weiter beim Checkpoint Charlie über den Checkpoint Charlie herüber. Ja, und da vorne läuft sie immer noch mit Frau Nicole Höchst, sehe ich. Denn eine Dame von der AfD von Berlin, die Dame aus Kandl. Und auf dem Auto direkt ist denn von Kandl überall das Janne Christen. Ja, und wir sind hier direkt am U-Bahnhof Kochstraße. Ja, und wir sind hier direkt am U-Bahnhof Kochstraße. Janne Christi ... Es war jetzt hier los. Auf derあと habe ich scrollen. Ach, und Was hast du schon den Bezirka? Wie war es sorikort? Bei den Bezirka´s Eintröverst irritationen바 statt? Ja, und damit geht der Frauenmarsch in Richtung Checkpoint Charlie. Ja, und wir sehen uns gleich wieder unten wieder. Bis später. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt kann man wieder durchgehen, durchs Brandenburger Tor. Ja, und wir sehen uns gleich wieder. Ja, vor zwei Wochen war hier die Bühne der AfD-Großdemonstration. Heute der Frauenmarsch hier direkt vor dem Brandenburger Tor. Ja, und hier wieder die Fahne, die auch bei Merkel muss weg Mittwoch dabei ist. Das ist die schicke Deutschlandfahne mit den 16 Wappen der 16 Bundesländer. Ja, und jetzt geht's weiter in Richtung Kanzleramt. 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 Hallo liebe Freunde, geht's euch gut? Seid ihr noch fit? Wir haben es fast geschafft, wir sind tatsächlich durchs Brandenburger Tor gelaufen, es ist ein Meilenstein. Und dazu wollen gezeigt, einfach wie wichtig es ist, dass ihr für eure Rechte weiter kämpft. Wir werden jetzt geschlossen weiter unsere Route bis zum Kanzleramt fortführen und dort werden wir eine 10-minütige Pause einlegen. Dort werdet ihr mit Getränken versorgt und dann geht unser Programm weiter. Vielen Dank, bis gleich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.